Der Original Steinlachtaler Fasnitzverein lud wieder einmal zum großen Narrenumzug in Mössingen ein. Es ging nicht nur bunt und fröhlich zu, die Zuschauer wurden auch musikalisch unterhalten. Einige Musikkapellen gaben ihre närrischen Musikstücke zum Besten und die Narren tanzten fröhlich dazu durch die Straßen. Egal ob als süßes Kätzchen oder gruselige Hexe verkleidet, Spaß hatten Groß und Klein gleichermaßen. Die Stimmung war gut und so waren trotz der Kälte alle zum Feiern motiviert. Die Hexen gaben sich reichlich Mühe, das Konfetti zu verteilen, ebenso beim Aufbau ihrer Pyramide. Die hielt zwar nur für ein paar Momente, die Erinnerung daran aber sicher länger.